Servus! Last but not least, im Benzinbereich bieten wir auch einen Octane Booster an. Und zwar, bei diesem Produkt handelt es sich um ein, ja, definitiv ein Spezialprodukt, denn es ist metallfrei. Wir haben am Markt verschiedene Octane Booster-Lösungen in kleinen Flaschen und geringen Aufwandmengen. Diese Produkte enthalten in der Regel ein sogenanntes MMT. MMT ist nun ähnlich wie ein Fly-L-Typ, ein Mangan-Metall-Komplex, um die Octane-Zahl zu steigern. Und das wird zum Beispiel im Mittleren Osten oder auch noch in den asiatischen Ländern als Standard zur Octane-Zahlerhöhung eingesetzt. Jedoch ist es so, dass durch den Einsatz der metallhaltigen Additive eben es zu großen Problemen an den Katalysatoren kommt. Und die Antwort von Wagner ist ein Octane-Booster, der komplett metallfrei ist. Ziemlich haben wir eine höhere Aufwandmenge. Wir brauchen ungefähr 1 bis 2 Prozent, um die Octane-Zahl um 1 bis 3 Punkte zu erhöhen. Der Octane-Booster kann in alle Benzinsorten, also beginnend von Super, Super Plus bis hin zu den Premium-Kraftstoffsorten bis zu 102 Octane eingesetzt werden, um eben Grenzsituationen oder bei schlechteren Kraftstoffen, die zum Beispiel im Ausland angeboten werden, hier entgegenzuwirken, um einen perfekten Betrieb des Fahrzeuges zu gewährleisten. Ja, Heiko, du beschäftigst dich auch mit leistungsgesteigenden Fahrzeugen. Was sind deine Erfahrungen mit dem Octane-Booster? Die Erfahrungen gehen dahin, dass viele Kunden natürlich Fahrzeuge fahren, die dementsprechende Leistung generieren. Genau auf dem Bereich von Einstellfahrten auf den Prüfstand haben wir immer gemerkt, dass wir mit dem Octane-Booster einfach noch mehr rausholen können. Wir können den Zündzeitpunkt weiter vorverlegen, wir können das Gemisch anpassen, solche Geschichten. Und diese werden immer mehr nachgefragt. Viele wollen tatsächlich nicht nur auf E85 gehen, sondern rein normalen Kraftstoff fahren. Da ist natürlich bei uns bei 102 Octane Schluss. Und auch da haben wir Leistungssteigerung feststellen können. Der Optimierungsbereich ist vergrößert worden. Und das sind die Erfahrungen, was wir machen auf den Leistungsprüfständen und auch bei Motorsport-Veranstaltern. Verlierte Informationen zu dem Produkt erhalten Sie in einem separaten Video. Bitte beachten Sie die Videobeschreibung und lassen Sie uns einen Like da. Vielen Dank fürs Zuschauen und Servus! Tschüss! 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 Tschüss!